gesagt. So ist es. Wunderbar, das ist doch toll. Und das sieht man auch sehr schön hier an unserer Isabel. Also da geht wirklich richtig schön über den Bauchnabel. Also man kennt es doch, man begrüßt jemanden, ja. Man will eigentlich... Hier wird ein wunderbar, Schöne ist auch, dass die Shapinghose einen Tick höher geht hinten als vorne. Kleidung tragen dann vielleicht doch auch... Ich finde das schlagen, da klebt dann auch nichts. Das ist ja auch ganz wichtig. Ich finde es total unangenehm. Die sind ja auch total angesagt, diese Tellerröcke sind ja jetzt so. Da kommt man Windstoßen, dann stehen sie im Freien. Das passiert eben mit dieser Pentasein. Also es kommt natürlich immer darauf an, welchen Umfang haben sie. Das wäre vielleicht mal eine gute Gelegenheit, mal zu probieren, ob die Lieblingshose, das Lieblingskleid dann doch vielleicht passt, wenn man so zwei Zentimeter, drei Zentimeter... Ja, Memida-Hose sieht aus wie Dessous. Sieht einfach herrlich aus, sieht wirklich elegant aus. Da brauchen Sie sich auch nicht zu schämen, sich auszuziehen. Das ist einfach richtig toll. Jetzt gehe ich mal eben rüber zu der Isabel. Die hat diesen Talien-Slip jetzt an in der Farbe Haut. Damit das Ganze nicht runterrutscht. Also die Metallstäbchen sind links und rechts und einer im Rücken. Und die sind da? Ja, auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall eine viel bessere Körperhaltung. Und eine Freundin von mir zieht die Hosen immer an, wenn sie Diät machen möchte, weil sie sagt, dann passt auch ganz... So soll das sein. Oh, und da sehen wir das Ganze jetzt in schwarz getastet. So, und das Wichtige ist ja auch bei meiner Kollektion. Sie holen sich zwar mit und fällt natürlich noch schöner. So ist es. Und da kommt vor, wir shapen uns einfach mal ein bisschen schmaler. Wir lassen... Die Hose geht hinten ein bisschen höher, so dass sie hier auch höchst... Euro 98 der Preis. Und Sie haben den Sofort-Effekt. Sie schlüpfen hinein und Sie haben sofort... Da denkt ja kein Mensch dran, ach Mensch, da hat die jetzt aber eine Bauchverstärkung. So ist es nämlich. Und das war mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. War da nicht so gut. Genau, ich zeig's jetzt mal angezogen. Dann gucken wir doch auch gleich mal an unserer schönen Isabelle. Das sieht doch toll aus. Und das ist eine tolle Figur. Und Isabelle hat ja auch diese Sanduhrfigur. Da kam es natürlich ganz beim einen. Können Sie getrost wieder Ihre engen Röcke und Hosen tragen und es zeichnet sich nichts durch, weil auch drei. Die sind natürlich gepolstert, so dass Sie die gar nicht spüren. Absoluter Tragekomfort. Und die sorgen aber dafür, nicht so, dass Sie nichts mehr essen können. Aber schon so, dass sie schäpt. Schon, dass sie sie in Form hält. Das ist der Fall.